DUNAN-Straße, die Musikclips. Beim Drehen der Videos, du lächelst zwar immer, aber für mich ist das absolut professionell. Das ist jetzt auch wieder die nächste Stufe, die ich irgendwo erreicht habe, dich zu treffen und für mich fernsehreife, teilweise kinoreife Videos zu drehen. Dann fängst du an, mir zu geben, was ich suchte, was ich brauchte, und jetzt will ich nur noch leben, mit dir leben. Das ist für mich, ja, das ist meine Champions League im Videobereich. Gut, da muss man natürlich auch jetzt mal reinkrätschen und sagen, dass wir ja Feedback haben von wirklich auch bekannten Leuten schon, die gesagt haben, wir sollen dabei planen. Das wäre wirklich gut, was wir da gemacht haben. Ja, man muss dazu sagen, ich erkläre mal kurz die Geschichte, wie ich den Matthias hier kennengelernte. Also, ich habe irgendwann mal, ich wandere gerne und da komme ich zur Ruhe und bla bla bla, eine Rede gar keinen Sinn und ich habe dann nach einer bestimmten Wanderroute besucht und habe dann auf YouTube halt mir diverse Wandervideos angeschaut. Und das war meistens eine Zitterorgie, weil die Leute irgendwas gefilmt haben, was total verwackelt war, schlechte Qualitäten, das machte einfach keinen Spaß, mir diese Sachen anzuschauen. Und plötzlich, siehe da, kommt eine Aufnahme, wo ich denke, wow, wer filmt denn da? Und das war ein tolles Bild, du hast sofort gesehen oder ich habe sofort gesehen, da hat sich jemand Mühe gegeben. Das war was ganz anderes, wie, sagst du mal so, den ganzen schon zuvor. Und irgendwann ließ mich der Gedanke nicht mehr los, ich habe dann ein bisschen weiter gesehen. Das war, was war das für ein Film? Der Klettersteig-Boppart, gell? Der Klettersteig-Boppart war das. Das ist nicht unbedingt mein bester Film, aber es hat ja wohl gereicht. Der Eich hat mich angesprochen und ich habe dann halt sofort gemerkt, hey, da ist jemand, der macht das mit Leidenschaft, der macht das mit Liebe, aber der legt auch Wert auf Professionalität und irgendwie ließ mich das nicht mehr los. Und dann kam plötzlich so die Idee, hey, Mensch, Christoph, du kannst ja eigentlich vielleicht ein Musikvideo drehen. Schreib diesen Mann doch einfach mal an. So, und dann bist du dran. Dann kam praktisch von dir ein Mail und da muss ich sagen, da war ich erst mal wirklich überrascht, weil der Christoph hat gleich seine Geschichte ansatzweise dargelegt, hat gemeint, er würde gerne ein Musikvideo drehen und hat meinen Film gesehen und er sieht, dass ich da mit Herzblut dabei bin und es wäre überhaupt nicht schlimm, dass man keine Erfahrung in der Musikproduktion hat etc., ob ich mir sowas vorstellen könnte. Und er hat auch gleich geschrieben, da ist kein Geld zu verdienen etc., sondern einfach nur Spaß an der Sache. Und da habe ich dann so für mich überlegt, boah, das ist eigentlich schon eine krasse Nummer da jetzt, jemand Fremden so anzuschreiben, aber ich war auch ein Stück weit fasziniert, weil die Geschichte hinter so einem Musikprojekt fand ich mega interessant. Also das hat mich dann wirklich neugierig gemacht, weil ich das sehr sympathisch geschrieben fand und dann halt auch, du auch nicht einfach sagst, hast du Bock auf eine CD zu machen oder Musikvideos zu drehen, sondern schon auch von dir ein bisschen was preisgegeben hast, was für mich außergewöhnlich war. Und da habe ich mir halt dann gedacht, okay, ich lasse mir mal so ein... Habe ich dir dann auch geschrieben, ich muss mir das erstmal anhören, bevor ich da jetzt irgendwas sage. Ja, natürlich, man kauft nicht die Katze. Ja, und dann habe ich auch die CD gekriegt, die habe ich mir reingehört, da waren ein paar Lieder dabei, die fand ich sofort super. Ein paar andere, da musste ich mich so reinhören, aber für mich war sofort klar, da sage ich zu, da gucken wir mal, was geht. Und da haben wir dann halt wirklich, wir beide letztendlich ohne Erfahrung angefangen, Musikvideos zu drehen. Und das macht mir bis heute mega Spaß und das wird auch weiterhin mega Spaß machen. Ja, ja. Aber so kam unser Kontakt zustande, ja, das war schon, finde ich schon spannend, ja. Ja, und da kommt natürlich durch dich, Matthias, ist natürlich, kommt die Dunernstraße ja, das ist jetzt wieder eine ganz andere Ebene. Also du siehst jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, ist schon ein Wachs und eine Linie zu erkennen, die doch stetig nach oben geht im Prinzip. Ja, wir werden beide professionelle, für dich ist es neu, vor der Kamera zu haben. Und jetzt überhaupt, dieses Projekt Dunernstraße wäre ja mit der Veröffentlichung oder mit dem Verteilen oder Weiterleiten meiner Box, die ich eigentlich nur an gute Freunde verteilt habe, an Menschen, die mich lange begleitet haben, die mich kennen und die immer für mich da waren oder die meine musikalische Karriere verfolgt haben. Das war quasi auch so ein Dankeschön, das habe ich quasi kostenlos verteilt. So, und dann wäre eigentlich schon fast die Geschichte der Dunernstraße erzählt. So, und jetzt, durch dich, bekommt das Ganze nochmal ein... Naja, durch uns, weil die Idee, sowas ja zu machen, ist ja schon daig. Ja, aber trotzdem, du machst das ja, du hast es ja zubereit erklärt und du filmst die Sachen. Ja, das ist eine gute Arbeit mit dem Schneiden, ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden du dafür benötigst und so. Und das ist jetzt wieder auf die nächste Stufe gehoben. Wobei ich jetzt da sagen muss, dass zum Beispiel das Projekt Dunernstraße für mich jetzt nicht mehr ein reines Christoph Jungen-Projekt ist, weil seitdem die Videos gedreht werden, sehe ich jetzt uns eigentlich als Team. Ich hole dich jetzt einfach mit ins Boot. Ja, ja. Clever, ha? Und ja, ne, es ist, für mich ist das absolutes Neuland und es ist äußerst spannend und war es bisher eine sehr aufwühlende, sehr emotionale Sache, die mich sehr viel Kraft gekostet hat, das überhaupt bis hierhin zu bringen. Dahin ist das jetzt eine ganz andere Baustelle für mich. Jetzt ist Abenteuerspaß, das klingt mir ganz genau so. Ja, wie sollte man sagen, das katapultiert mich zurück in meine Jugend, wo ich, keine Ahnung, oder noch eine Woche weiter meine Kindheit, wo ich Baumhäuschen gebaut habe, Staudämme, irgendwas wieder und spannende Abenteuer erlebt habe. Das ist mein nächstes Abenteuer. Jetzt klettert mir in Steinbrüchen rum und... Wie auch immer. Ja, das ist geil. Aber man muss auch sagen, wir verstehen uns auf einer Linie. Ja. Wir machen uns Gedanken, wir schreiben jetzt keine Drehbücher groß oder so, aber wir wissen, wo die Reise hingeht. Und ich würde mal sagen, wir haben beide so ein Stück weit einen kreativen Wahnsinn im Kopf, was ja super ist. Ja. Und dadurch entsteht natürlich wirklich gutes... Ja, ich sage mal, um im Leben Spaß zu haben, um weiterzukommen, um irgendwo eine Sache zu machen. Du brauchst immer Leute, die dir dabei helfen, mit denen du zusammen den Weg gehst. Du brauchst im Prinzip Spinner wie dich, die Spinner wie mich unterstützen. Oder die dann aber gemeinsame Sachen machen. Es ist ja nicht so, dass man... Wie soll man sagen? Man lernt. Man lernt. Das ist auch ein Lernprozess. Es ist nicht nur Spaß und Tollerei. Natürlich ist es das. Das ist eigentlich die Überschrift. Aber es ist auch Arbeit. Aber es ist eine Arbeit, die Spaß macht. Die Spaß macht. Die nicht an deine Kräften zehrt. Du freust dich darauf. Es ist... Ja, es ist toll. Wir haben keinen Zeitdruck. Nein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich heute so ein Video sehe, in YouTube, gucke ich mir mal an. Hier, alles ist gut. Ne, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Ne, aber Glück oder so, mit dem wir angefangen haben. Aber ungelegen und mein Lebensverloren. Und du und will ich es so hören. Ein kleines bisschen Glück. Oder alles passiert, wenn ich den Film heute auf dem YouTube-Kanal sehe und denke, boah, den haben wir gemacht. Da will ich den Kopf kurz setzt. Da bin ich stolz drauf. Ja. Da bin ich echt stolz drauf. Es ist absolut... Es ist absolut faszinierend zu sehen, wie dann plötzlich dieses Video fertig wird. Zu der Nummer, die du damals oder die ich damals in besagter Dunernstraße meinen Kämmerlein für mich alleine erstmal aufs Band gebracht hat. Die dann später gewachsen ist bei meinem Kumpel Frank, dann in Berlin zu Ende produziert wurde und plötzlich als Videoclipp im Fernsehen zu sehen ist. Dann ist das Ding wirklich rund jetzt. Absolut geil. Ja, nochmal ein bisschen Eigenlob für uns. Jedes Video ist anders. Ja, auf jeden Fall. Das ist toll. Und gerade, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wer es noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich das erstmal schämen. Das ist gegen die Strömung zum Beispiel. Das ist eine Geschichte. Die ist wunderbar. Die ist klasse gefilmt. Die ist klein umgesetzt. Da wird eine Geschichte erzählt. So und das ist toll. Also ich finde das halt auch mega und hier liegen ja sogar Requisiten. Ja, ja. Ja, ja. Da muss ich natürlich, da muss ich die Story halt erzählen. Der Christoph hat dann, der kam dann hier an mit dieser Maske. Ob wir die nicht irgendwie damit einbauen können. Weil wir hatten so eine Idee, was wir erzählen wollen etc. Und dann kam er mit der Maske an. Da sag ich, was will denn der Christoph jetzt hier mit dieser Kindermaske in dem Film? Das war für mich irgendwie. Aber dann haben wir das wirklich aufprobiert und auch gemacht. Und da sind Szenen entstanden mit dieser Maske. Die würde ich sagen Champions League. Die Kette. Das ist doch auch geil. Das ist wie gefolgt. Guck mal, das eine Kettenglied. Genau ins Auge rein. Da kannst du sagen, jetzt weißt du wie lange das gedauert hat. Bis wir es geschafft haben, dass das über dem Auge liegt. Aber genau, guck mal, wie viel mit riecht. Das ist genau drin. Genau in dem Auge bleibt das Kettenglied hängen. Ja, ja. Und mega. Also der Film ist mega, finde ich. Ja, auch das war wieder Arbeit. Das sieht man nicht. Das sind ein paar Minuten, die man dann auf YouTube sieht. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Filmen und keine Ahnung was, was alles dazugehört. Da steckt jede Menge Arbeit drin. Das sind zwei Drehtage gewesen. Dann musstest du noch schneiden. Ich muss dazu sagen, ich habe selten so gelitten bei einem Dreh. Gut, so viele habe ich noch nicht gemacht. Aber es war um die Null gerade und ich meistens im Schießer fein bin. Und die Eisenkette nicht vergessen. Die Eisenkette noch im Dörfer geschnallt. Und so. Ich habe mir da wirklich, ja, man kann mal sagen, ich habe den Arsch abgefroren. Kann man mal so stehen lassen. Das war nicht ohne. Wie kommst du nicht weg? All die Mühe, doch es hat keinen Sinn. Aber es war trotz allem alles ein Riesenspaß. Es war ein Riesenspaß. Es war ein Riesenspaß. Das macht Freude. Oder jetzt wie bei Nichts ist für die Ewigkeit. Da haben wir eine Location gesucht. Auch es waren relativ super schnell spündig geworden. Ich war mir nicht so sicher, ob es die richtige ist. Und du warst direkt begeistert. Das war wie ein Canyon. Das war für mich wie in den USA ein Canyon. Ja, aber man muss den Leuten erzählen, dass dieser kleine Canyon nicht einfach so mal eben zu erreichen ist. Allein schon die Fahrt mit dem Auto da ist nicht ohne. Und dann musstest du dann noch die schweren Marshall boxen. Da steht so ein Gerät. Die haben wir wirklich in Steinbruch gestellt. Zwei Stück davon. Wie viel liegt der? 30 Kilo? 25 Kilo? Ja, so um den Dreh. Du bist der Mensch, mit dem ich fliegen kann. Du bist der Mensch, der immer zu mir hält. Und das war nicht ohne. Auch auf dem Steinbruch Position zu finden, wo man dann stehen kann und posen kann. Ich habe Höhenangst, muss ich jetzt noch mal leider gestehen. Und ich habe das öfter in meinem eigenen Tod ins Auge geguckt. Aber trotzdem hat das mega Spaß gemacht. Ja, vor allem aber auch die Idee. Die Idee mit der Überlagerung dann der einzelnen Personen. Man muss sich das vorstellen. Jede einzelne Person dann später in dem großen Finale ist eine Spur im Schnitt. Das ist jeweils eine separate Spur. Und das wird dann übereinander gelegt technisch, dass es dann so einen Effekt hat. Und das finde ich, also das war für mich der aufwändigste und wirklich der spektakulärste Schnitt. Ich meine, gegen die Strömung ist es auch schon super mit den Blitzen und den schnellen Schnittfolgen. Also ich bin da extrem gewachsen, was meine Fertigkeiten im Schnitt und auch in dem Videodreh geht. Also von daher eine Win-Win-Situation bei uns. Ja, ja. Also super. Absolut nochmal. Ich kann es nochmal wieder betonen. Es macht riesen Spaß und es war, es ist auch noch immer absolutes Neuland für mich. So, wenn ich früher performt habe mit meiner Gitarre, dann hatte ich immer dieses Instrument Schützen in meiner Hand und konnte mal am Boden gucken oder keine Ahnung was. Die Gitarre war immer mein Verbündeter. So und jetzt wirst du gefilmt und musst zu Playback singen und ja, Posen, irgendwas präsentieren. Und das war natürlich am Anfang, boah, das fand ich... Wobei ich aber finde, du machst es aus dem Stand richtig gut. Ich würd's kaufen, wenn's denn ginge. Ich würd's lieben, ganz bestimmt. Ich würd's fliegen ohne Ende. Tja, also das sieht nett gekünstelt aus. Also da merkt man schon, dass du Live-Erfahrung hast. Da sind Gesten, da sind Bewegungen drin, die hast du einfach drauf. Ja, aber trotzdem. Zumindest das Glück, da kannten wir uns ja noch überhaupt nicht. Zum Glück war... Das war so ein Kennenlernsinn. Da haben wir auch genau das richtige Lied ausgesucht. Im Prinzip schon. Im Prinzip schon. Ich hab am Anfang mit den Windrädern, damit wollte ich gar nichts zu tun. Aber ich sag doch, die machen das Bild kaputt und und und. Die Sonne dabei sehen. Wir würden immer schneller werden. Nie wieder auf der Stille stehen. Aber ich find den Film gelungen. Extrem gelungen. Ja, das ist mir doch. Also ich war auch da wiederum. Als ich zum ersten Mal im Fernsehen lief, war ich absolut geflecht. Das war... Ja, wow. Und so das bin ich und keine Ahnung. Und äh... Da muss man halt auch immer dazu sagen, was so am Dreh da alles schief geht. Am Anfang, da achtet Männer drauf. Dann ist dann plötzlich ein Kabelquernbild gewesen. Dann gut, ich bin in jedem Film ja irgendwo auch zu erkennen, weil ich in Schatten werfe. Dann haben wir so Hitchcock. Hitchcock-mäßig bin ich dabei. Und dann, oder auch ganz am Anfang, da waren die Autospuren, wo wir die Boxen in die Wiese fahren. Ja. Oder die Passage mit dem Buch. Jetzt ist da... Ich hab im Büchern davon gelesen, ist so eine Passage. Und dann schmeiß ich das Buch weg. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich das so geworfen hab, dass es mich nicht trifft, wenn es runterfällt. Aber es hat mich dann doch erschrocken, wo es dann runterfiel und mich so an der Seite getroffen hatte. Habe mich schon davon gelesen, in Filmen davon gesehen. Das sind dann alles so Pleiten-Pesch-und-Pannen-Aktionen, wo du denkst, mein Gott, das muss doch jetzt nicht sein. Aber man kann ja schneiden und man dreht die Szene neu. Und beim zweiten Mal wusste ich, wie ich das Buch zu werfen hatte. Und das, was halt gut ist, das hat sich jetzt mittlerweile so etabliert. Und wir werden natürlich ja weitere Videos machen. Das wird dann auch weiter so laufen. Wir drehen, wir haben eine Idee, wir drehen. Sind eigentlich so ganz zufrieden. Wobei ich dann immer sage, also Christoph, du bist ja immer sehr euphor, passt alles. Ich sage, lass uns erstmal gucken. Und dann fange ich an zu schneiden. Und dann kommen ja plötzlich zum einen Ideen. Aber zum anderen auch Sachen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Und dann dreht man ein zweites Mal. Und durch diese Erfahrung vom ersten Dreh adaptiert in den zweiten Dreh wird die Qualität nochmal umso viel besser, obwohl wir nur vielleicht hier und da kleinen Sachen austauschen. Ja, ja. Und das ist eigentlich ein gutes Vorgehen, finde ich. Das ist natürlich auch deine Art im Prinzip, weil du natürlich auch äußersten Wert auf Professionalität legst. Du willst, wenn du etwas veröffentlichst, willst du haben, dass das perfekt ist. So, ich möchte etwas veröffentlichen oder unter die Menschheit bringen, was perfekt ist. Also, man kann sagen, dass, ja, auf irgendeine Art und Weise haben sich da auch zwei Perfektionisten getroffen. So, jeder hat so seinen Anspruch, den er haben möchte. Und das geht von daher auch absolut Hand in Hand. Es ist jetzt nicht so, ich will aber, oder irgendwie sowas. Nein, wir verstehen uns doch nicht. Das geht alles spielerisch vonstatten, aber der Anspruch ist schon hoch. Und ich denke, das sieht man. Also, das sieht man auf jeden Fall. Und man muss fairerweise dazu sagen, wir machen das zu zweit. Wir haben Ideen, wir machen das zu zweit. Da ist kein Riesenteam, weil manchmal denke ich, so eine Produktion, da könnten auch mal schnell 10, 15 Leute dabei sein, die dann, was weiß ich, Lampen halten und dann das noch und das noch. Wir sind da eigentlich so relativ easy unterwegs und dafür finde ich die Ergebnisse wirklich profitabel. Ja, absolut. Und ich bin absolut darauf gespannt, was da noch kommt, weil Ideen sind da genügend da. Und ich bin mal gespannt, wie wir das umsetzen können, was als nächstes kommt. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, muss ich sagen. Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Wir haben auch schon die ersten Ideen für die nächsten Songs, weil wir haben ja jetzt erst vier Lieder praktisch von dem Album. Da ist ja noch Potenzial da. Da ist noch Potenzial da. Aber jetzt wollte ich ja nochmal, wir haben ja darüber gesprochen, dass du auch gerne das Album elektronisch, also als MP4 schon dem einen oder anderen mal zukommen lassen würdest, weil das gibt es ja nirgendwo. Und da haben wir uns beide ja jetzt überlegt, wie wir das machen. Und zwar, ich sage es jetzt mal so, wir haben in dem Film, in dem Videoclip. Schlicht ist für die Ewigkeit, in dem Schlussfinale ist ein Fehler drin, der mir passiert ist, wo ich eigentlich wirklich ein bisschen angepisst bin. Ich sage jetzt, das ist mein persönliches Wasserzeichen, aber wer den Fehler findet, also ich grenze das ein, Schlussfinale. Wer den Fehler findet, wird dann von dir belohnt. Obwohl, ich finde es schon eine sehr schwere Frage, muss ich sagen. Man muss sich das verdienen. Man muss sich das verdienen. Man muss sich das verdienen. Was halte ich rechts lernen und was halte ich links lernen. Man muss sich das verdienen. Jaja, das stimmt. Wer meint, es herausgefunden zu haben, der schreibt mich einfach an. Kann auch mich anschreiben, also ich blende die Adressen hier jetzt ein. Und er bekommt dann dieses Album in Form von einer MP3, MP4 Datei. Die ersten 10, oder? Ja, genau, die ersten 10. In Form von, und das Booklet noch dazu. Denke ich mal, also als PDF-Datei. Ach, das hast du als PDF? Ja, genau. Ja, das ist doch super. Dann ist das eine runde Sache. Also Leute, guckt den Film. Es wird spannend. Es ist wirklich gravierter Fehler. Wenn man weiß, wo er ist, fängt er einem extrem auf. Ja, alles klar. In dem Sinne würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Kommen wir langsam zum Ende. Es geht weiter, also bleibt dabei. Es bleibt spannend und erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, es war nicht zu anstrengend für euch, sondern es war interessant. Und bleibt am Ball. Bleibt der Duner Straße treu. Und natürlich auch dem Matthias auf seinem Kanal FrickeTV. Ja, auch bei dir Instagram. Und du bist ja auch auf YouTube unterwegs. Und ja, auf mich hat's gefreut jetzt auch mal. Und auch das Interview war ja jetzt neulang für uns beide. Und da würde ich einfach mal sagen. Ja, macht's gut. Tschüss, Wochenende. Tschüss. Adios. Hey. Bei ein paar anderen, wie denn, musste ich mich ein bisschen reinhören? Ja, ja. Wie, du musst nicht reinhören. Ja, ja, schon ganz. Ich hab's nicht. 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 Wie du in deinen Final Bangs. Mit der Kette dann auch noch. Das ist. Ja, alles super. Meistens wird das ja rausgeschnitten, wo ich dann stundenlang gelaufen bin, weil ich denk, du fliehst und so. Wie ich da gelaufen bin. Oh, mei. Was ich halt auch mega fand, war bei Glück die Geldscheine. Also wir haben so viel Geldscheine eingesammelt. Da sind sie wieder. Fünfhunderte. Gibt es überhaupt fünfhunderte? Ja, natürlich. Wenn man das mit der Donaustraße verdient, dann sind wir durch. Ich weiß noch, wo er den ersten Clip fertig hat. Dann ist der irgendwie nicht aufgefallen oder später? Geht ihr durchlaufen, bitte? Ach Gott, das war dermaßen feinlich. Aber es gab nichts schlimmer seit vierten meinem Leben. Ich sah aus wie einer, aber glücklich wie einer von den sieben Zwergen mit der Mütze. Was ist denn nicht los? Das haben wir beide nicht gemerkt. Wir haben viel am Anfang nicht gemerkt. Wenn du mir in den Boden wächst, bist du. Ach, mach doch mit dem ersten Teil. Das ist nicht echt. Das war der erste Teil. Der zweite folgt in Kürze. Bleib dran. Zugleich. Warte mal. Ist das nicht so? Das ist doch normal ein Reim. Der zweite folgt zugleich. Ja, aber das erste ist ja nicht Teil 1. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Das ist er. Genial. Okay. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich. Ja, genau. Ende. Ja, genau. Du sagst, das war der erste Teil. Ich streiche. Der erste Streich. Ja. Der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Das soll ich doch da noch machen als 2 oder überhaupt nicht? Ja. Dies war der erste. Ja, ich mach. Dies war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Ja, genau. Das war's ja einfach schon. Ja, gut. Ja, genau. Dies war der erste Streich. Doch der zweite folgt zugleich. Bleib dran. Dieses war der zweite Streich. Doch der dritte. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich schwache brauche.